Dies ist die Maschine B500. Der geübte Button-Benutzer stellt bis zu 500 Buttons pro Stunde her. Um Buttons herzustellen, brauchen Sie außer dieser Maschine auch Button-Material. Jedes Button besteht aus vier Teilen. Die Vorderseite, die Hinterseite, die Drucksache und die transparente Folie, die wir Mylar nennen. Die Drucksache können Sie einfach schneiden mit dem speziellen Kreisschneider. Sehen Sie sich das Instruktionsvideo an. Fast jede Papiersorte ist geeignet. Für größere Mengen könnten Sie auch Ihre Offset-Druckerei bitten, das Papier gestanzt anzuliefern. Die Button-Maschine B500 hat zwei feste Matrizen. Matrize 1 ist für die Vorderseite des Buttons. Auf der blauen Grundplatte steht die Ziffer 1 neben der Matrize. Legen Sie das Blech in die Matrize. Legen Sie die Drucksache auf das Blech. An der Oberseite der Matrize sehen Sie zwei kleine Streifen. Verwenden Sie diese Streifen, um die Drucksache gerade zu legen, denn Sie wollen die Nadel in der richtigen Position hinsichtlich des Bildes auf das Button haben. Nehmen Sie ein Mylar von dem Stapel. Legen Sie das Mylar auf die Drucksache. Drehen Sie die blaue Platte bis an den Anschlag. Matrize 1 befindet sich dann genau über der oberen Matrize. Bewegen Sie den Hebel ganz ruhig nach hinten, bis er nicht weiter geht. Die Vorderseite des Buttons ist jetzt fertig und diese bleibt in der oberen Matrize. Legen Sie jetzt die Hinterseite in Matrize 2 mit der Nadel nach unten. Verwenden Sie jetzt auch wieder die Merkzeichen auf dem Rand der Matrize, um die Nadel in die richtige Position zu bekommen. Drehen Sie die blaue Platte bis an den Anschlag. Matrize 2 befindet sich jetzt gerade unter der oberen Matrize. Bewegen Sie ruhig, ohne viel Kraft, den Hebel nach hinten, bis er nicht weiter geht und Ihr Button ist fertig.